Arbeitsschritte einer Wärmepumpe Keep it simple and stupid. Einfachheit. Wärmequellen, Luft, Wasser, Erdwärme. Anschaffung kostenintensiv. Gratis und frei verfügbar. Erneuerbare Energie Der Verdampfer entzieht Wärme aus der Umgebung. Übertragen von Energie Wärme fließt an das Kältemittel Ein Kompressor baut Druck auf Druck erzeugt Hitze Das Ventil wird heiß Verdichten bewirkt ein Sieden Die Umgebung muss wärmer sein als das Kältemittel Das Heizungswasser erhält Energie Zweiter Wärmetauscher Verflüssiger Kondensator Übertragung von Wärme auf das Heizungswasser Überhitzter Dampf strömt in den Verflüssiger Überhitzter Dampf strömt in den Verflüssiger Der Dampf wird stark abgekühlt Die niedere Temperatur bewirkt eine Verflüssigung Weitere Abkühlung Dampfblasen könnten entstehen Sie beeinträchtigen die Leistung des Verdampfers Kreislauf beginnt von vorn Mechanische Arbeit wird eingesetzt Kreisprozess nach Carnot Wirkgrüßen Kältemittel Kältemittel Oft Propan Kältemittel Kältemittel